hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren ausgabe von genus solo too many bones wird uns heute beschäftigen wir lernen das spiel vor den grundzügen aus kennen wie bauen wir es auf und wir starten sogar schon mal in die erste runde viel spaß dabei wir starten heute mit unserer ersten runde too many bones im solo mode als held oder gearlok wie die helden hier heißen in too many bones habe ich patches gewählt einen heiler von den ganzen aber er ist nicht nur auf heilung spezialisiert er kann genauso gut mit giften umgehen und seine ja jetzt hier seine knochensäge ist auch nicht von schlechten eltern was wir dazu brauchen ist auf alle fälle seine seine chips oder seine würfel und seinen chip an sich gucken wir uns den chip noch mal an der hat zwei seiten die eine seite ist so bisschen hier mit sternen versehen und die ohne sterne patches beziehungsweise alle gearloks starten am anfang ohne diese stern seite was das dann bedeutet erläutere ich euch dann wenn wir nachher noch mal zurück zu patches kommen um ihn uns im detail anzuschauen ich will euch erstmal den aufbau jetzt hier zeigen wie wir unsere erste jahre solo mission aufbauen ja wie gesagt dafür haben wir jetzt hier diesen chip von patches haben hier oben den bereich der ja standardwerte wichtig für uns am anfang erst mal zum aufbau ist wie viel auf wie viel gesundheit hat patches er hat standardmäßig fünf gesundheit wenn ihr das wisst und habt dann nehmt ihr euch hier ich habe hier so ein chip tray kann man sich überall kaufen gibt es auch bei chip games nehmen wir uns fünf von diesen gesundheit chips machen die als einen stapel und legen patches oben drauf und damit haben wir patches als figur schon mal fertig wie wir dann die einzelnen slots dann befüllen kommen wir dann nachher gleich zum spiel drauf wenn ich euch jetzt den aufbau erstmal alles nach und nach erläutert haben wir uns den boss ausgewählt haben und dann kurz bevor wir in die erste runde starten kommen wir noch mal zurück und gehen dann hier weiter tiefer drauf ein was wir gleich noch aus diesem ja dieser würfel tray rausnehmen können ist der initiativ würfel eines jeden gear locks da wird am anfang dann bestimmt ja ob er zeitiger dran ist in der runde oder später den könnt ihr mit ihr dazu legen den werdet ihr dann immer gleich benötigen und wenn wir jetzt einmal bei den würfeln sind dann haben wir hier noch diese reinen zahlen würfel wo die zahlen draufstehen die sind dann hier dann später reinzubringen wenn man halt die gesundheit vergrößert die angriffsstärke die schnelligkeit oder die defensive ja und hier sind dann die ganz normalen fähigkeitswürfel für die einzelnen fähigkeiten wie gesagt kommen wir dann später gleich drauf zu sprechen als nächstes braucht ihr das hauptspielfeld das ist diese matte da werden dann die monster platziert oder patches wird dann hier agiert und hier werden dann alle begegnungen drauf bestritten bis wenn einer von beiden fraktionen wieder die monster oder wir als geologs verloren haben was ihr gleich dazu legen könnt das sind hier diese farbigen chips die werden diese einzelnen linien dann werden die chips dann benötigt werden wir die monster dann darauf platzieren jetzt erstmal einfach nur hier oben drauf und dazu auch passen gleich auch hier die monster haben ja initiativ würfel wer in welcher runde dran ist liegt ganz einfach farblich bezogen einfach am anfang erst mal die würfel hier drauf wie das dann funktioniert alles weitere dann im spiel dazu auch gleich als tipp nehmt euch stehen ja abenteuer referenz guide dazu also quasi alles was so allgemein benötigt wird hier wird noch mal ein bisschen beschrieben schwierigkeitsgrad wie eine runde abläuft das wird man im spiel immer wieder benötigen habe ich bei mir hier auch an der seite liegen weil ich da auch immer mal nachlesen muss und natürlich dann zu patches haben ja schon ausgewählt auch hier den guide dazu nehmen weil auch hier wer möchte den einzelnen würfel ergebnissen immer mal nachschauen müssen was denn das einzelne bild oder das einzelne icon dann wirklich aussagt und hier haben wir unsere abenteuer karte hier wird also dargestellt delor delor ist die heimat unserer helden die sie halt versuchen in diesem spiel gegen mächtige tyrannen oder bosse zu verteidigen was wir am anfang braucht die karte übrigens benötigt ihr nicht zwingend ja es wird auch vollkommen reichen wenn ihr die im standardspiel diesen diesen tagzähler hier nehmt dann habt ihr hier diesen tag chip um wirklich anzuzeigen welchen tag haben wir die legte ganz einfach so drauf dass die 1 nach oben liegt würde vollkommen ausreichend sein auch wenn wir nachher die den fortschritt hier auf der karte darstellen kann man genauso mit punkten mit sehen werde ich immer parallel mit erläutern wie wir uns einfach was schöner aussieht die karte benutzen und dann werde ich diesen chip hier reinstecken mit der 1 hier oben auf diese markierung um zu wissen wir haben tag 1 ja und wenn wir tag 1 haben wir starten natürlich hier in unserer heimat dafür brauchen wir diesen kleinen edelstein dieser ist einfach nur eine visualität und das ganze wirklich ein bisschen transparenter darzustellen zwingend nötig für das eigentliche spiel ist diese karte nicht aber sieht halt toll aus als nächstes was wir auswählen müssen ist unser boss den tyrann den wir halt aus daylor vertreiben wollen das kann man zufällig machen oder man sucht sich die sache aus wir haben hier sieben bosse gegen die wir kämpfen können hier steht ein bisschen ja flavor text drauf um ja die ganze geschichte ein bisschen zu verstehen hier dann am ende dann die boss begegnen die brauchen wir am anfang nicht was wir wissen sollten ist diese angabe hier dieses zahnrad hier wo jetzt sie die sechs drin steht bei malmisch bedeutet wie viel jahr progress punkte also vorankommen diese begegnungen wir ja geschafft haben bevor dieser boss auftauchte bevor wir dieses ziel nicht erreicht haben um sechs jahr fortschrittspunkte erzielt oder erfahrungspunkte erzielt zu haben wird malmisch nicht angreifbar sein das zählt man ganz normal mit das wird dann auf diesen begegnungskarten sind dann diese zahnräder auch drauf dann kann man dann mit sehen bis wenn man diese sechs hat und dann darf man gegen den boss kämpfen ja in diesem fortschritt den zeigt man hier auf der karte auch einfach nur an indem man halt hier diesen edelstein vortreibt bis wann man hier bei sechs ist und dann den boss dort dann angreifen kann hier unten drunter ist die zeit die wir haben wie viele tage also am neunten tag in dem sinne wenn hier der counter auf 9 ist haben wir die letzte möglichkeit malmisch zu besiegen schaffen wir es nicht innerhalb dieser neuen tage und geht der counter auf 10 dann haben wir verloren und hier unten drunter ist noch mal ein bisschen klein geschalten bis näher und die kamera ja die geschätzte spiel länge na jeder boss hat dadurch je nachdem wie viel fortschrittspunkte ab und nötig für tage es dauert auch eine gewisse spiel länger bei malmisch ist das nicht ganz so viel mit zwei dann haben wir das da der dauert richtig lang ihr seht auch hier ich glaube die nehmen wir auch nicht dann haben wir ja um normen mit nur ein spiel länge und ich glaube den wärmer auch nehmen dann haben wir hier drei noch mal zwei vier und vier ich würde mal sagen wir nehmen die zweier und den einer mission ganz einfach mal ziehen ein raus und das wird unser tyrann sein es ist normen ok gut so wenn ihr wisst welchen tyrannen ihr gewählt habt dann sucht noch die blaue tyrannen begegnungskarte mit dazu das können mehrere sein das seht ihr hier unten da steht dann da welcher boss es ist in dem fall erhalten normen und er hat nur eine zusätzliche karte die kommt nachher mit ins deck die legen wir einfach jetzt mal hier kurz zur seite wie man das deck dann zusammenstellen zeige ich euch gleich so dann benötigt ihr noch den chip für euren gegner die könnte schon mal rauslegen und dessen würfel jeder boss glaubt die meisten bosse haben immer einen einzigartigen würfel denen sie dann im kampf mit benutzen und jetzt können wir den hier auf unserer karte platzieren wie gesagt es gibt counter die brauchen sechs erfahrungspunkte 8 und 10 erfahrungspunkte das hängt wieder von eurer wahl ab ich weiß bei der karte dass es hier an der stelle ist für die bosse mit sechs erfahrungspunkte das heißt ich werde dann hier meinen edelstein hier lang schicken bis wenn ich da bin und dann darf ich gegen den boss kämpfen hätte ich jetzt ein 8 genommen wird ich den hier oben hinlegen und bei einem 10er encounter oder der dann hier hingehen und ich müsste dann hier den weiten weg bis hier hoch gehen ok als nächstes stellen wir unser begegnungs deck zusammen dafür ja nehmen wir erstmal unser begegnungs deck achtet darauf wenn ihr nur mit einem gearlok spielt als ihr hier auch dieses solo hier unten stehen habt und nicht das general general ist wirklich für mehrere gearlok sondern sind die begegnungen auch ziemlich schwer so dass man sie mit einem gearlok nur schwer schaffen kann es nicht unmöglich aber ja es ist abgestimmt dahingehend dass dieses deck für das solospiel ist ja das müssen wir erstmal ganz normal durch und dann nehmt ihr euch eure tür an karte und guckt bei der tag bei dieser sonne was dafür eine zahl steht hier steht jetzt acht und jetzt sieht jetzt so viele karten von dem stapel die dieser zahl in der sonne entspricht minus drei das heißt acht minus drei das heißt wir ziehen jetzt fünf karten aus dem stapel 1 2 3 4 5 die anderen gehen erst mal aus dem spiel raus werden nicht benötigt sollte der seltene fall eintreten dass ihr dennoch weitere encounter karten benötigt obwohl die tagzahl noch nicht erreicht ist dann dürft ihr von diesem stapel den ihr gerade rausgelegt hat noch eine weitere karte nachziehen ja dann nehmen wir die karte vom boss die begegnungskarte und ja mischen die jetzt oben drauf macht es am besten unter dem tisch oder so weil es kann gegebenenfalls sein dass er jetzt hier die blaue gleich oben habt und muss nicht unbedingt sein dass ihr das gleich seht so schlägt auf der seite und dann brauchen wir noch die spezial encounter karten 1 bis 3 die steht das steht hier unten drauf diese kleine zahl 1 2 und 3 und die werden obendrauf auf diesen encounter stapel dann gelegt das heißt also mischt eure karten durch eure encounter unter dem tisch nehmen die drei karten vom stapel sind also immer die ersten drei werden immer die gleichen encounter sein ihr werdet auch gleich sehen warum uns im gearlock unsere ersten trainingspunkte zu verpassen legt sie unter dem tisch dann quasi oder verdeckt obendrauf so wisst ihr auch nicht was als vierte karte ist ob das gegebenenfalls die tyrannien karte ist oder nicht und dann meine empfehlung diese abdeckkarte wenn ihr sie im spiel habt legt sie einfach so obendrauf und jedes mal wenn ihr eine karte zieht dann zieht er so unter dem stapel raus und lest sie dann vor dann seht ihr auch nicht ob als nächstes dann so eine blaue karte kommt oder nicht ja und den stapel legt ihr dann neben euer spielfeld bereit zum immer weiter nachziehen die anderen speziellen encounter karten die dann noch im spiel sind liegt auch erstmal zur seite in die schachtel es kann sein dass er sie noch benötigt weil manche normalen encounter karten weisen darauf hin dass sie diese dann ins spiel bringen sollt gut kommen wir zurück zu unseren patches und jetzt gucken wir uns ganz einfach mal sein bord oder nachher seine matte an was hier alles so angegeben ist wir haben jetzt schon vor und festgestellt dass es halt hier patches selber mit seinem gesundheitsschiff und seinen initiativ würfel dann haben wir hier den referenz guide mit allen würfeln die patches ja während des kampfes beziehungsweise während der ganzen kampagne trainieren kann und auch bekommen kann bei manchen gear logs wird es so sein dass bei manchen würfeln sowieso ein kleiner kringel ringsherum ist wenn dies der fall ist ist das sogar schon eine startausrüstung eine startfähigkeit die dieser gear log hat die muss man nicht zusätzlich erlernen dann hat man den würfel schon standardmäßig drin bei patch ist es nicht so der muss alle würfel von grund auf ja lernen haben hier oben den bereich des kampf mediziners dann hier das forester also eher richtung gift oder so geht dann richtung stimulation er braucht also tränke um sich selber oder andere zu stärken oder andere wieder zu schwächen und hier oben unten gibt es noch die gelben würfel die meist zum verbrauch bestimmt sind da gibt es zum beispiel vergiftete pfeile oder halt flüssiges leben um gegeben falls jemanden wiederzubeleben oder auch batterien energiezellen die er brauchen wird um zum beispiel andere sachen dann vielleicht ein elektrostimulationsgerät starten zu können ich werde wahrscheinlich die auf der seite empfohlene variante wählen für ja die starter um euch das spiel einfach mal zu zeigen und da geht es halt dass er erst mal am anfang richtung medkit gehen soll also diese fähigkeiten am anfang erlernen sollte ja hier drüben sind dann von allen würfel dann noch beschrieben was sie so können und das werde ich dann im spiel wenn wir seiner würfel dann euch dann zeigen was dann gemacht wird okay was wir noch wissen sollten ist die standard fähigkeit die patches hat normal in need heißt diese fähigkeit hat er immer und in need bei ihm bedeutet wiederherstellung dass er am start jedes zuges automatisch sich sich selber um ein leben heilt er darf aber niemals sein maximal leben dadurch überschreiten also er kann sich wirklich nur heilen sollte ja irgendwann die möglichkeit haben auf in need plus 1 zu kommen wie das dann funktioniert zeige ich euch klein dann kriegt er die große wiederherstellung dann wird für ihn einmal die abenteuer abenteuer ist die ganze sag mal kampagne jetzt bis zum boss dafür einmal seinen gesundheitswürfel der hier drin reingeslott wäre um eins erhöhen um sich maximal ein leben ja maximal leben dazu zu holen ja und die alte bisherige regeneration bleibt weiterhin bestehen sie ist sogar ausgeweitet er kann sogar wählen ob er sich oder einen anderen gearlok im spiel um diesen einen treffer heilen soll okay dann haben wir hier diese würfel die lege ich mal ganz kurz hier hin nehme ich nachher wieder raus mit den zahlen von 1 bis 6 drauf und wenn ihr euch dann entscheidet dann später diese normalen ja staat hier dann zu erhöhen dann sagt ihr wenn ihr soweit jetzt auch gesundheit soll um eins erhöht werden dann macht jetzt hier eine 1 rein und dann wisst ihr 5 plus 1 er hat jetzt sechs maximal leben und das könnt ihr dann immer weiter höher machen bis 6 wenn dann in summe dann 11 leben könnte er maximal haben ja und das gleiche gilt dann auch für den wert für angriff geschwindigkeit und defensive also verteidigung so die normalen ja skill chips oder fähigkeit chips und würfel haben jeweils eine einzigartige zahl hier drauf zum beispiel jetzt hier die 14 und dann habt ihr auch hier auf der karte drauf wo dieser ja würfel dann später mal seinen platz findet solltet aber immer darauf achten wenn hier solche sterne und solche pfeile sind dass ihr eine gewisse grundvoraussetzung benötigt also gerade jetzt hier bei dem stern das bedeutet dass es so diese erste punkt den kann man sofort wenn man trainings punkte hat ausgeben um diese würfel hier mit diesen stern direkt zu erlernen für die anderen sind immer voraussetzungen dran also hier bei den pfeilen seht ihr wenn ihr auch selbst wenn ihr hier oben schon einen drin habt dürft ihr nicht gleich hier unten die nummer 11 rein slotten war ja vorher noch diesen ganzen baum ab frühstücken müsst und quasi dann diesen würfel kriegen zu können also ihr müsst dann diesen fähigkeiten strang dann weiter verfolgen das gleiche gilt dann hier für diese blaue geschichte und hast immer den pfeilen nach und grün ist jeweils für sich auch wenn sie jetzt hier miteinander verbunden sind hier ist kein pfeil drauf bedeutet einfach nur dass das so zu seiner fähigkeit als forester zählt und hier die drei gelben werden dann diese verbrauchs chips wie das alles dann wirklich im detail funktioniert werden wir dann wirklich live im spiel erfahren hier oben ist so ein bisschen der aktive slot hier werden würfel platziert wie buffs oder verteidigungen die man auf sich drauf lässt um dem spiel anzuzeigen okay hier ist noch was aktiv auf dem gear lock das muss abgehandelt werden beachtet werden dann haben wir hier den sogenannten locket bereich hier sind so sachen werden hier abgelegt wie material was man eingesammelt hat oder irgendwelche späteren eigenschaften die man anhand von würfeln gekriegt hat das wird mehr mir dann auch auf diesen referenz schiebt dann hier sehen dann werden nämlich auch immer bei den würfeln angegeben handelt es sich um einer der in diesen lockt slot rein muss oder sofort benutzt werden muss oder ja direkt in den aktiven slot rein soll oder in einem aktiven slot eines verbündeten gear logs also es ist wirklich hier alles beschrieben wie das dann zu funktionieren hat ja und dann haben wir hier noch den sogenannten backup plan backup plan bedeutet eigentlich nichts anderes wenn ihr würfelt und ihr würfelt solche bei uns knochen das spiel heißt too many bones zu viele knochen wenn ihr sowas werft habt ihr die möglichkeit das sind ja quasi eigentlich ein fehlschlag das ist also weder so ein schwert für den angriff oder beim schild ist es die verteidigung wenn ihr also solche misslungenen ergebnisse habt könnt ihr diese dennoch hier rein tun die würfel werden auch nicht von eurem gesamt kontingent abgezogen die hier sind bei den aktiven ist das dann schon der fall dass ihr dann beachten müssen wenn ihr hier einen verteidigungswürfel rein werft dass ihr den dann auch von eurer gesamter zeit die ihr werfen dürft abzieht aber auch wie gesagt machen wir dann alles im spiel bei den bei uns ist das nicht der fall die könnt ihr quasi sammeln bis wenn ihr sie benötigt und dann nehmt ihr euch wieder eure reference sheet und dann habt ihr hier oben ja die möglichkeiten des backup plans den ihr jederzeit verwenden können wenn ihr seht hier bei patches mit einem bone nützt nicht allzu viel da ist noch nichts aber wenn ihr schon zwei bei uns habt dann können ja einen anderen gearloge um 1 heilen beim drei bones kann man angreifen wenn also nadeln verschossen bei vier was haben wir hier kriegen wir einen verbrauchbaren würfel einen gelben können wir uns dann machen dann kann wir hier die energiezellen wenn wir eine haben um diese energiezelle um ein zu verbrauchen um hier ein vierer schaden auf einbruch zu machen das ist richtig viel und hier den sechster bohren weil wir haben nur fünf slots wenn wir halt den sechsten würfel haben und dann gleich benutzen dann haben wir hier die möglichkeit unsere fähigkeit hier umzudrehen um dann hier die net plus eins zu haben was wir ja gerade besprochen hatten ja aber da muss man schon ganz schön viele fehlschläge gesammelt haben gut bevor es dann jetzt gleich ins spielgeschehen rein gehen mit der ersten begegnung müssen wir noch ein was tun der würfe geht erstmal raus hier und zwar habt ihr auf eurer boss karte mit ihr noch mal nehmen hier unten so symbole seht ihr so eine axt keule das wurde scheint eine keule zu sagen das blaue naxt und hier was der türkis farben ist ja jetzt müssen wir nämlich jeder boss hat so bestimmte monster die unter seinen gefüllten da sind und wir müssen jetzt diese gesamten chips hier die wir haben die gibt es ja in 25 und die gibt es auch zahlen mit 1 und die gibt es auch zahlen mit 20 die drehen wir jetzt alle um und werden alle chips für uns raussuchen die eins von den drei symbolen hat also dieser ja dieser dragon dieser drache die auf alle fälle dabei weil ihr seht ist hier mit aufgegeben das heißt drachen spielen bei ihm eine rolle was haben wir hier noch ja hier haben wir was gelbes dieses ist nicht dabei das heißt dieses geht erst mal aus dem spiel und das bereiten wir jetzt vor indem wir wirklich alle chips durch gucken und uns die stapel machen ihr müsst ihr jetzt nicht sortieren nach nach diesem symbol hier unten die werden gleich gemischt aber was ist schon sortieren könnt ist nach dieser zahl also ihr macht einen stapel voll nur mit den einen mit den fünfern und mit den zwanzigern und das werde ich jetzt gleich mal tun so habe ich wieder zurück und habe meine stapel vorbereitet hier alles die einsatz chips mit den drei symbolen die am besten noch mal dann kurz vorher noch mal schön durcheinander bringen und dann legt ihr sie bitte ohne dass sie dann nach noch mal mischt einfach als nachzug stapel neben dem spielfeld bereit das macht er jetzt auch für die fünfer und für die zwanziger bei denen sind es nur zwei ist ja auch klar wir haben jetzt hier ein gewählt mit der spiel länge relativ kurz so dass wahrscheinlich die ja das sind auch die stärke von den gegnern die relativ starken bosse vielleicht nicht so schnell zum tragen kommen und deswegen gibt es da nicht so viele chips davon nicht desto trotz die anderen chips nicht ganz so weit weg packen es gibt manche encounter die euch dazu auffordern bestimmte gegner typen aus dem stapel herauszusuchen und auf startfeld zu bringen und das muss nicht unbedingt das sein was wir jetzt hier gerade raus gesucht haben unsere gegner sind bereit gesetzt unser gearlocke ist fast bereit eine sache bzw die wichtigste sache die ich noch ansprechen möchte ist dass ihr ja hier diese diversen ja mainstats oder die hauptattribute habt von eurem gearlocke gesundheit ist klar ist das leben eures gearlocke je mehr ihr habt desto besser denn umso länger werdet ihr durchhalten hier oben seht ihr nochmal diese sterne die dann hier auf dieser fähigkeiten baum dann zu erkennen sind welche richtung also rot dieser dieser heiler grüner forester und blau alles was richtung stimulation geht ja hier unten nochmal die geschichte also dieses wiederherstellung und plus eins dann die große wiederherstellung er ist ein melee das heißt ein nahkämpfer das hat dann die auswirkung wann wo wir dann später dann wenn es in den kampf geht seine figur oder seine chip platzieren dürfen und jetzt nochmal zu den einzelnen das wissen wir angriff 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 ist immer die anzahl an angriff würfeln die er würfel darf angriff würfel sind alle die weißen würfel die so ein schwert haben gibt es in reichhaltiger fülle die sind auch nicht auf einen bestimmten gearlocke limitiert da sollte sich jeder spieler wenn ihr mit mehreren spielt einfach eine bestimmte anzahl zu sich an die seite legen so drei vier stück dann habt ihr erst mal ein gutes raport war am anfang je nachdem auch welche ausrichtung hat jemand der natürlich höheren angriffswert hat sollte sich vielleicht ein paar mehr von den würfeln dann wegnehmen um nicht da und die würfel so hin und her tauschen zu müssen dann haben wir hier und runter die verteidigung das ist ähnlich wie bei den angriff würfeln diese sind so orange ockerfarben haben schild drauf von eins bis zwei und diese werden halt benutzt um ja sich gegen die monster angriffe verteidigen zu können auch hier sollte sich eine bestimmte anzahl jeder spieler schon mal am anfang weglegen wie wir dann die fähigkeiten dann vorantreiben wenn wir dann auf leveln wollen später dann das zeige ich euch dann wie das dann für angriff und verteidigung funktioniert weil bei gesundheit und geschwindigkeit ist das relativ einfach da erhöht man das einfach und gibt es ein trainingspunkt dafür aus bei den beiden muss man noch ja seine art probe bestehen um wirklich auf leveln zu können aber keine angst ihr verliert dadurch nicht den trainingspunkt ihr habt halt nur eine chance wenn ihr sagt ihr wollt jetzt angriff erhöhen dann habt ihr eine chance diese probe zu bestehen wenn das nicht gelingt müsste halt ja eine runde oder einen tag warten und müssen auch ein trainingspunkt anderweitig ausgeben gesundheit wissen wir wird auch die gesundheit aber das ist jetzt hier noch das wichtigste geschwindigkeit 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 ist die anzahl an würfeln insgesamt die ihr werfen dürft bei einem angriff damit sind alle würfel hier drin gemeint sowohl auch angriff und verteidigungswürfel momentan darf patches nur zwei würfel werfen je angriff den erfährt das ist nicht viel also hier sollten wir relativ stark irgendwann mal erweitern zumal diese dexterity auch auf die bewegung mit einfluss hat denn jedes feld was ich mich dann hier nachher auf dieser karte bewegen werde zieht uns eine dexterity ab das heißt wenn ich mich mit patches um ein feld bewegen möchte dann kann ich dies tun habe aber dann schon wieder ein weniger zur verfügung und da kann ich jetzt auch zwei würfel haben einen angriff und eine verteidigung darf aber nicht beide benutzen weil ich insgesamt dann nur noch einen werfen darf weil ich mich bewegt haben dann muss ich mich schon entscheiden was mache ich wenn ich dann rote würfel oder andere farbige würfel dazu habe dann wird schon langsam knifflig welchen würfel benutzt man für das spiel aber wie das dann alles funktioniert dann direkt im spiel dann wird das auch richtig transparent nicht so theoretisch wenn ich euch das jetzt einfach so vorbete als letztes was wir noch in die vorbereitung machen müssen unser loot karten stapel zwei stück wir hatten es ja schon mal bei der komponenten vorstellung wir haben hier die sogenannten trove loots das sind also die mit den kisten einfach mal würfeln verdeckt hinlegen oder wieder in diese hülle reinlegen um dann später da rausziehen zu können neben dem spielfeld bereitlegen und das gleiche gilt für die normalen loot karten nach da auch diese dann zum spiel bereitlegen wie das dann mit den karten funktioniert und mit den kisten knacken das machen wir dann im spiel wenn es soweit ist so eine sagen müssen wir noch in die vorbereitung bringen das ist ja unser runden zählerwürfel der dem spiel auch beibringt er fängt immer mit rund eins an den stecken wir hier oben rein auf unsere schlachtkarte auf die wir jetzt gleich dann auch rüber wechseln werden um unsere erste begegnung dann auch zu starten und wenn die runden dann voranschreiten wird er hat immer weiter gedreht aber sehen wir dann alles live im kampf okay dann haben wir unser setup weitestgehend abgeschlossen sollte mir noch was einfällt werde ich es im spiel dann natürlich gut tun ja sind wir jetzt zurück auf dem schlachtfeld und wir befinden uns in tag 1 hier links an der ecke seht ihr das noch von der abenteuer karte ja wie läuft eine runde so ab im kampf dafür nehmen wir uns ganz einfach mal unseren hauptreferenz guide da steht nämlich ja schön beschrieben wie das alles funktioniert wenn ein neuer tag anbricht da wird der counter vorwärts bewegt da es jetzt hier die erste runde ist bedeutet das reinlegen auf 1 dass der neue tag begonnen hat als nächstes sollen wir eine neue encounter karte ziehen und diese durchführen ja dann werde ich jetzt die oberste karte ziehen und euch dann mal vorlesen nur noch zwölf stunden bis zum morgengrauen und der abschiedszeremonie die ohne zweifel das leben aller verbleibenden gierlok und wahrscheinlich jedes leben in delor verändern wird waffen und vorräte sind bereit aber die nacht ist noch jung und adrenalin füllt die adern es ist klar dass heute nacht nicht geschlafen wird es wird bestimmt einige zwielichtige händler in den engen gassen geben die bereit sind beute zu machen andererseits könnte ein training in letzter minute bis zum morgen sich bezahlt machen also was ist zu tun was ist zu tun da haben wir jetzt eine entscheidung zu treffen was wir denn so in der nacht machen sollen wenn es die möglichkeit unsere zeit mit training zu versehen oder wir können auch ein bisschen trainieren und noch zusätzlich eine loot karte kriegen also immer wenn ihr so eine encounter karte zieht habt ihr auf der rückseite meistens mehrere möglichkeiten und habt ihr hier oben dieses symbol das bedeutet immer dass es eine keine kampf aktion ist es wird also jetzt ein encounter eine begegnung stattfindet die nicht in einem kampf mündet also nicht hier auf dieser auf dieser karte es gibt auch die möglichkeiten dass wir wählen können zwischen kein kampf und mit kampf wahrscheinlich sehen dann die belohnungen auch dementsprechend anders aus je nachdem was ihr wählt kriegt ihr diesen effekt und der hier beschrieben wird müsst ihr durchführen und kriegt das als belohnung in dem fall ihr erhaltet ihr zwei trainings punkte klar die zwei das ist dieses symbol für trainings punkte wäre hier würden wir das wählen würden wir einen trainings punkt kriegen und eine loot karte die wir ziehen können eine normale gelbe loot karte was wir auf alle fälle kriegen wenn wir den encounter erfolgreich abgeschlossen haben das werden wir ja hier wir haben ja kein kampf wir können wir nicht verlieren ist das hier unten das heißt wir kriegen schon automatisch jetzt einen sogenannten fortschrittspunkt den wir dann gleich dann auch fortsetzen können auf unserer karte ja worte du was sollen wir tun meine empfehlung ist da ich nicht weiß was jetzt ja in dieser loot geschichte drin ist ob es mir was bringt möchte ich gerne zwei trainings punkte nehmen und die würden wir dann auch gleich an unserer karte hier drüben an unserer matte von patches dann auch ausgeben ja das sehen wir jetzt ja auch an unserem haben jetzt hier die neuen encounter ja wir haben einen neuen encounter gezogen und dann sollen wir jetzt auch die trainings punkte zufügen oder alle andere belohnungen die wir dahingehen gekriegt haben und unseren fortschritt auch in dem sinne festhalten fortschritt festhalten drehen uns einfach mal ganz kurz die kamera hier rüber ist ganz einfach wir tun jetzt hier diesen edelstein um eins da vorne rücken das ist unser einer punkt können aber auch alternativ und das machen wir auch lege ich immer diese karte hier so über die karte oder wenn jetzt hier nur der day counter wäre legt man sie daneben um zu wissen dass man hier schon einen von diesen erforderlichen punkten geschafft hat wenn ihr mal eine karte ab wo ihr das nicht geschafft habt dann dreht sie einfach um dann wisst ihr auch genau diese karte ist nicht dafür legt sie zur seite macht euch irgendwie kenntlich wenn ihr nicht diese karte habt ok dann geben wir jetzt mal noch unsere trainings punkte aus und gehen darüber zu patches ok wir haben jetzt zwei trainings punkte erhalten was tun wir damit zwei also jeder trainings punkt sagt wir können einen neuen würfel hier rein bringen wir können wieder den wert von hier erhöhen oder uns hier eine fähigkeiten würfel dann je nachdem wo wir starten dann rein pflanzen da ich ja gerne auf heiler gehen möchte wäre jetzt hier ein medkit der erste würfel den man nehmen könnte um sich zu heilen ich bin noch voll an leben ich weiß auch noch nicht was die ersten encounter jetzt so bringen werden ich möchte als erstes gerne meine haupt werte erhöhen und dabei fange ich an mit dexterity also mit geschwindigkeit um diesen um einen zu erhöhen das mache ich einfach indem ich jetzt hier eine 1 rein packe das heißt wir haben jetzt hier mit patches eine dexterity eine geschwindigkeit von drei und dürften schon drei würfel werfen aus diesem grund auch nicht hier dieses medkit weil auch das wäre ein würfel den ich werfen müsste und erstmal brauche ich überhaupt die möglichkeit dass ich ihn werfen kann in der bestimmten anzahl ja dann haben wir hier noch angriff und verteidigung ich möchte gerne unseren angriff noch erhöhen war 1 finde ich jetzt ein bisschen wenig und ich hatte ja vor uns schon mal mitgeteilt gehabt dass bei angriff und bei verteidigung vorher ein test zu machen ist die tests sind bei beiden immer gleich wichtig dabei ist nur dass bei der defensiven geschichte man es zweimal probieren kann ok aber wir wollen ja den angriff erhöhen und bei dem angriffstest ist es so dass wir die anzahl an momentan angriffs werden momentan eins später hätten wir zwei drei noch mehr anzahl an würfeln möglichkeiten wir jetzt werfen müssen also würfeln müsste ich nehme jetzt hier mal meine würfelscheine meine selbst gebastelte dazu freue mich schon wenn ich dann die erweiterung an dort zu dazu kriege weit dann habe ich mir nämlich einen schönen dice tray mit dazu bestellt dann muss ich nicht mehr mit diesen ja etwas plumpen modell arbeiten ja ein angriffswürfel muss ich jetzt benutzen und ich muss jetzt hoffen dass ich keinen von diesen knochen werfen würde ich jetzt würde ein ergebnis von den würfeln ist er jetzt nur einer wer würde ein ergebnis ein knochen sein dann wäre es ein fehlschlag bei den verteidigungswürfel übrigens ist das dann auch so man nimmt man auch die verteidigungswürfel da hier die chance auf knochen etwas höher ist darf man hier die knochen noch mal werfen dann muss beim zweiten wurf aber auch wirklich alles mit schilden versehen werden um diesen test zu bestehen aber wir haben jetzt hier angriff das heißt wir werfen kann uns einfach mal und haben jetzt hier ein schwert gewürfel das heißt dieser check war erfolgreich wir dürfen oder dieses training war erfolgreich wir dürfen unseren angriff um eins erhöhen und dann nehme ich wieder so einen zahlenwürfel und slotte hier eine 1 hinein so dass ich jetzt eine geschwindigkeit von 3 habe und einen angriffswert von 2 ok dann haben wir diese trainings punkte verteilt gucken wir wie es weitergeht wir waren jetzt hier drüben jetzt geht der pfeil hier drüben hin zur erholungsphase zur recovery phase so fangen wir an wir hätten jetzt die möglichkeit eines jahr unsere drohen zu öffnen wenn wir welche hätten haben wir nicht hier oben seht ihr nochmal auch beschrieben was wir wären dieser erholungsphase alles machen könnt also wir könnten jetzt die drohen versuchen zu öffnen einen versuch hat man da pro recovery phase wir haben keine trufe entfällt also wir können mit anderen mitgliedern unserer gruppe ja loot austauschen das kann man also wie gesagt nur in der recovery phase machen und nicht während im spiel oder im kampf aber da wir ja nur einen georlog haben entfällt das auch von uns dann haben wir hier noch die individuellen optionen da dürfen wir eins von den dreien wählen die erste sache ist erholen bis wenn wir wieder volles leben haben wir sind bei vollem leben ist also für uns nicht nötig ja dann für besseren loot suchen ich kann jetzt wenn ich hätte eine loot karte abwerfen dann sechs angriffswürfel nehmen und werfen und für jeden knochen den ich dabei werfe darf ich eine loot karte ziehen und von den erwürfelten ich sage ich habe jetzt drei gewürfel darf ich mit drei loot karten ziehen und eine von den dreien dann aussuchen und behalten und natürlich die erste loot karte muss ich abgeben und alle anderen die ich nicht gewählt habe werden dann auch wieder auf den ablagestapel gelegt ist eine riskante sache weil wenn ich nämlich kein knochen würfel dann ist ja diese loot karte weg da ich jetzt aber keine habe ist das für mich auch gar keine option also habe ich nur noch eine möglichkeit was ich überhaupt machen kann und zwar ist das gebiet erkunden gebiet erkunden heißt schwer für einen d6 würfel dann gibt es hier den ganz normalen für jeden mit järgern spiel oder monopoli kennt der ist auch mit dabei und wenn wir eine 1 und 3 haben dann dürfen wir einen baddie das sind die bösewichte die chips die haben wir ja in punkte sortiert in einer 25 wenn ich also eine 1 bis 3 entdecke dann darf ich mir einen den ersten chip anschauen vom stapel bei einer 4 bis 5 darf ich bis zum stapel mit der 5 gehen das heißt ich darf den einer mir angucken oder den 5 und würde ich eine 6 werfen dann dürfte ich sogar mir einen von den drei stapeln den obersten chip angucken und wenn ich den einmal mir angeguckt habe dann darf ich entscheiden soll der oben liegen bleiben also ist das ein gegner mit denen ich auch nächste runde oder nächsten kampf ganz gut zurechtkomme ich kann mich schon darauf vorbereiten auf was ich gehe oder sage ich mir das ist ein ungeliebtes teil den will ich nicht haben dann kann ich ihn quasi an den boden des stapels legen so dass er dann erstmal für eine weile aus dem spiel ist deswegen ist auch ganz wichtig tut bitte diese den chip stabel dann nicht mehr durcheinander bringen ja jetzt tun wir einfach mal scouten und werfen einfach mal gucken was wir haben wir haben eine 3 das heißt 1 bis 3 wir dürfen bis zu einem 1 einer baddie uns das alles angucken dann holt ich mal kurz den stapel hierher und dann gucken wir uns ganz einfach mal den ersten an und da haben wir hier einen org pion der hat drei leben wie gesagt zu den chips was wir dann werde ich dann im kampf dann direkt noch mal drauf eingehen das sieht jetzt nicht so kriminell aus dass ich nicht damit leben könnte das heißt ich tue ihn wieder obendrauf ich weiß dass dieser als nächstes kommen wird und stellt den stapel wieder zurück dann gucken wir uns wieder unsere referenz steht an wir haben hier alle optionen durchgeführt und das heißt ein neuer tag bricht an ja wenn jetzt ein neuer tag anbricht dann tun wir hier diesen counter ist schwierig wenn das drin ist auf die zwei legen und wissen jetzt befinden uns in tag zwei und ziehen eine neue begegnungskarte ja und die lese ich euch jetzt vor kaum aus dem tor raus 15 schritte nach beginn der reise 15 schritte und schon wird ein gierlokstiefel von einem pfeil durchdrungen zum glück wurden keine zähne verletzt während ihr ein schmerzerfülltes gesicht macht und die zähne zusammen weist schaut ihr euch um ja genug getrödelt es wird zeit den ominösen gestalten am waldrand den gefallen zu erwidern ein tumult bricht auf der stadtmauer aus und unterbricht alle gedanken die wachen haben nun die dreisten eindringlinge entdeckt und ihre pfeile eingekerbt ihre hilfe ist bereit ob es euch gefällt oder nicht dieses abenteuer hat nun begonnen tja ob wir mögen oder nicht das abenteuer ist unterwegs ja wunderbar so sollte es auch sein ok wir haben wieder die wahl wir haben die wahl hier oben beides diesmal mit kampf symbolen das heißt diesmal werden wir uns dem kampf nicht entziehen können und diesmal wird unser patches hier was zu tun kriegen wir haben jetzt hier die wahl einmal dass wir uns den gegnern stellen wie das gleich mit diesen betty points da funktioniert erkläre ich gleich wenn wir die obere variante wählen dann bedeutet das am anfang jeder runde kommen von der mauer pfeile niedergeprasselt und die jedem bösewicht einen tatsächlichen schaden zufügen tatsächlicher schaden bedeutet ganz einfach er kann in keinster weise von irgendwas geblockt werden na also selbst wenn die gegner schilder haben werden die bei true damage also bei richtigen schaden immer durchdrungen hier gibt uns das spiel noch mal an es ist ja die empfohlene variante für das erste spiel haben aber keine extra belohnung hier oben drin bei der zweiten variante ist wenn man ein bisschen adrenalin hat dann hat man das gleiche aber diesmal ohne den pfeil regen von der mauer das heißt also ohne der unterstützung das ist jetzt die große frage hier gibt es einen trainings punkt extra wir würden als belohnung wenn wir den encounter schaffen automatisch einen fortschrittspunkt kriegen um wieder voranzukommen automatisch einen trainings punkt und eine loot karte hier unten lila steht noch beschrieben wenn wir den encounter nicht schaffen sollten dann geht er wieder zurück obendrauf auf den begegnungsstabeln wird dann für den nächsten tag wieder gezogen werden ja hat ganz einfach die relevanz wir haben dann einen tag verschwendet weil der counter geht er wieder einen tag voran und ja zeit ist knapp und wir wollen ja zum boss kommen deswegen werde ich jetzt hier ja ich werde die leichte variante hier mal nehme ich bin ganz einfach mal feige und schauen wir mal was wir dann jetzt kriegen und zwar wie bauen wir jetzt dieses schlachtfeld auf wir haben hier oben die angabe bq das heißt badic das ist also ein stapel den man sich jetzt zurecht baut an gegnern die auf das schlachtfeld kommen und der dieser badic oder battle es wird immer dahingehend so zusammengebaut dass man die anzahl an helden nimmt die am spiel dran teil nimmt und multipliziert mit dem tag der gerade herrscht das heißt wir haben einen georlog mal zweiter tag das heißt wir haben jetzt einen badic punkt wert von zwei so und jetzt werden diese von unseren drei stapeln gezogen ich tue mal kurz die stapel noch mal hier vor holen und zwar ist es jetzt so dass wir so viele punkte ziehen wie unser bq hergibt wir haben zwei punkte und man fängt immer vom höchsten an zwei kann ich kein zwanziger aufräumen weil ich habe nur zwei punkte fünf kann ich auch nicht nehmen weil ich habe nur zwei in meinem point das heißt den ersten ist eine 1 die nicht rausziehe und den zweiten wäre dann auch wieder eine 1 das sind also die beiden die jetzt ins spiel kommen denkt an die reihenfolge den ersten gezogen hat dass er den nach oben drauf tut denn das system den wir ja auch vor uns gescoutet haben ja als nächstes werden diese jetzt haben wir diesen stapel dann ja je nachdem wie welcher tag er ist er hat eine bestimmte größe und höhe und ja auch gewisse anzahl an punkten hier drin werden jetzt auf das schlachtfeld platziert dafür nimmt man den ersten dreht ihn um und sucht sich jetzt hier die zahl aus die am geringsten ist also das heißt der erste wird hier bei blau kommen das heißt wir nehmen diesen blauen chip dazu um zu wissen dass derjenige hier in dieser markierung ist bzw dass der dann auch diesen würfel hat passend dazu ja dann gucken wir was ist das für ein typ kämpfer hier unten seht ihr diese gekreuzten schwerter das bedeutet das ist ein nahkämpfer und wir hier auch die gekreuzten schwerter seht es den nahkämpfer dann immer werden hier platziert ist es ein fernkämpfer dann würde er weiter nach hinten platziert werden und denkt noch mal daran wenn ihr dann diese ja bei dies zieht dass ihr wirklich immer zuerst mit dem höchsten punktwert anfangen also wenn wir zum beispiel jetzt mal am tag sechs wären und hätten jetzt ein gearlok mal sechs wären sechs bei die points wäre zuerst der fünfer chip gezogen werden und dann der einer um die sechs voll zu kriegen ja jetzt haben wir aber erstmal eingezogen wir gucken jetzt uns mal den chip noch weiterhin an wir haben jetzt hier diesen blut tropfen fokus so jetzt genau und wissen dass diese org pion drei leben hat dann nehmen wir drei chips von unserem starten platzieren die tun den blauen linien markierungs marker oder chip und platzieren ihn auf die position übrigens ist heißt nicht dass der jetzt hier drauf bleiben muss er kann ganz normal jetzt hier über das schlachtfeld auch wandern werden wir dann im spielfeld sehen der chip ist jetzt nur dafür da dass wir wissen dass dieser würfel zu diesem gegner gehört weil wir sehen jetzt hier noch eine zweite zahl hier unten drunter das ist eine 3 und die legen wir jetzt nehme ich hier rein sehen auch hier noch mal die kleine 1 hier daneben das bedeutet dass es also hier von der ersten linie ist und legen den jetzt hier rein und werden jetzt alle gegner hier je nachdem diese zahl haben hier platzieren mit dem höchsten wert ganz oben und den geringsten wert ganz unten würde es einen gleichstand geben dann würden hier diese zahlen vorrang haben dann wäre also bei einer 2 die wäre dann zuerst dran vor einer 4 ok würde es mal mit einem gearlok dann werden wir dann gleich auch noch machen im gleichstand geben dann darf der gearlok natürlich als erstes angreifen oder als erstes aktiv werden so dann haben wir hier den zweiten was haben wir denn hier ja auch einen ort das ist ein range angriff also ein fernkämpfer er geht in die zweite linie kriegt also die 2 runter hat auch drei leben die wir ihm zufügen und legen dann den gegner hier drauf und hat eine initiative von 4 das heißt wir drehen jetzt den lilan würfel auf die 4 und der ist noch vor dem pion dran so nachdem die gegner platziert worden sind ist es jetzt an patches dran seine initiative zu bestimmen wann er im zug dran ist und das macht er bevor er seinen gearlok hier platziert dafür nehmen wir hier diesen initiativ würfel wir sehen es in drei und vier drauf also er wird dann ja immer meistens so im mittelfeld dran sein da wir jetzt hier auch eine 3 und eine 4 haben und schauen wir mal wo wir hinkommen wir haben eine 3 erwürfelt die nehmen wir dann so dürfen ihn nicht vor die vier schieben weil die vier vorher dran ist das heißt wir sind sind jetzt schieben das jetzt hier unten hin sind quasi zwischen den zwei gegnern dran wir wissen dass der zuerst angreift und danach der und dann haben wir jetzt hier unseren patches den wir jetzt platzieren können und da wir ja wissen dass es ein nahkämpfer ist darf er nur hier vorne platziert werden wir dürfen uns jetzt aber aussuchen wohin wir gehen wollen und ja ich möchte nicht dass der so schnell rankommt das heißt obwohl ich möchte ja eigentlich auch relativ schnell diesen fernkämpfer ausschalten ich werde patches hierhin platzieren was dann am meisten sinn macht werdet ihr dann in erfahrung vom spiel her wann macht welche gegner was die fähigkeiten die jetzt hier draufstehen die werde ich dann auch nächsten in der nächsten ausgabe weil ich werde jetzt hier an der stelle erstmal eine pause machen um euch den kampf dann nächste runde dann im detail erklären zu lassen damit wir dafür auch genug zeit haben und dann werde ich auch noch mal auf die einzelnen fähigkeiten der gegner die wir jetzt hier auf dem feld haben eingehen ja dann hoffe ich es hat etwas spaß gemacht wenn ja lasst mir wie immer einen daumen nach oben da oder benutzt hier diese dieses icon von meinem von meinem logo um diesen channel zu abonnieren dann kriegt ja auch immer wieder die aktuellsten videos von allen spielen die ich hochlade ja die mitteilung dazu dann vielen dank fürs reinschauen bis zum nächsten mal euer genu und Amen.